Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem wundervollen NumPy-Tutorial heute mit einem der wichtigen Punkte für Sachen wie neuronale Netze etc. Dort macht man das ständig und zwar die Shape ein bisschen verändern. Auch wenn sich das kontraintuitiv anhört, denn eine Matrix ist ja eigentlich nicht unbedingt veränderbar. Ein Vektor allerdings ist einfach nur eine Reihe von Zahlen und eine Reihe von Zahlen, die man vielleicht leichter verarbeiten kann. So, kurzes Beispiel, wir haben zum Beispiel bei neuronalen Netzen eine, sowas wie CNNs, ja, Convolutional Neural Networks, die verarbeiten ganz gerne Bilder. Also sowas wie hier das zum Beispiel. Also wir haben 111, 000, 111, irgendwie sowas, ja. Und das wird verarbeitet und am Ende kommt irgendwas raus. Aber wir wollen irgendwann nicht mehr das Ganze als Bild interpretieren, weil wir es vielleicht schon so klein gemacht haben, dass es vielleicht noch ein, zwei Pixel werden und wir damit nicht mehr wirklich was anfangen können. Wir wollen das als einen Vektor interpretieren. Das macht in diesem Fall durchaus Sinn und da müssen wir dann eben weiter damit arbeiten. Und dazu müssen wir das hier flattenen. Wir müssen die Shape verändern. Wir müssen quasi das Aussehen des Vektors verändern oder auch der Matrix verändern. Okay, nun, wie machen wir das? Und da kann man noch ganz andere Anwendungsfälle bringen, aber ich glaube, einer reicht erstmal. Aber wir wollen natürlich das Ganze so machen. So, wir haben hier oben ein relativ großes Array, das wir hier in ein NumPy Array verwandelt haben. Und mit einem flatten-Aufruf können wir das Ganze in eine Vektorform bringen. Das heißt, wir printen jetzt einfach mal hier np.temp.flatten. Das ist eine Funktion, die wir da drauf aufrufen. Und wenn wir das jetzt einfach so ausprinten, dann sehen wir folgendes. Wir haben danach einfach wirklich alles als einen einzigen Vektor. Also wir sehen, hier fängt das Ganze an, dieser letzte Print-Aufruf hier. Und das ist nur eine Klammer auf und dann wird das einfach alles so ausgegeben. Da ist keine neue Zeile oder irgendwas dabei. Das ist wirklich einfach nur ein Vektor. Das heißt, dieses flatten packt euch alles in einen Vektor. Ja gut, bringt uns das jetzt was? Ist die Frage. Denn bringt euch etwas, was eigentlich vorher mal ein Vektor, eine Matrix als Vektor etwas? Naja, manchmal schon, wie gesagt. Aber manchmal möchte man das Ganze auch ein bisschen sortieren. Vielleicht möchte man ja mit den Werten arbeiten. Vielleicht habt ihr sowas gemacht wie hier. Vielleicht habt ihr irgendwie clever selektiert, irgendwelche Berechnungen drauf ausgeführt. Und jetzt wollt ihr einfach nur auslesen. Ihr wollt zum Beispiel die Benutzer auslesen. Ihr wollt das Alter der Benutzer auslesen. Und dann könnt ihr hier tatsächlich das Ganze auch ordnen lassen. Ihr könnt beim Flatten angeben, das ist deutlich effizienter, wie wenn ihr es danach macht, dass ihr zum Beispiel eine gewisse Ordnung haben wollt. Es gibt die Keywords C, es gibt die Order F und es gibt die Order A. Okay, was ist C? C ist der Standard. Das bedeutet Row Major Flatten. Das haben wir hier gemacht. Das ist wie gesagt der Standard. Das heißt, das hier ist jetzt Gerow Majored. Was bedeutet das? Nun, wir sehen hier 42, minus 1,2, 0,0, 2,1. Man geht einfach wirklich so der Reihe nach, wie wir es hier aufgeschrieben haben. Das ist der ganz normale Fall, den man auch so erwarten würde. Okay, was kann ich vielleicht noch machen? Naja, und da erklärt sich dann auch, warum das Ganze C bzw. F heißt. C steht tatsächlich für die Programmiersprache C. Man geht ja im Endeffekt von 0 auf 01, auf 02, auf 03, auf 04 und so weiter und so fort. Wenn man dann am Ende ist, dann kommt man hier auf 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter und so fort. Okay, das ist die C-Art und Weise, irgendwas zu indexieren. Es gibt aber auch noch die sogenannte Fortran-Art. Fortran ist auch eine Programmiersprache, die schon etwas älter ist und die macht das genau andersrum. Die sagt, okay, wir machen Column Major. Und nein, das C bei C stand leider nicht für Column. Ich fände es auch intuitiver, aber was will ich machen? So, das heißt, nach 0,0 kommt 0,1, äh 1,0 besser gesagt, 2,0, 3,0, 4,0 und dann kommt 0,1. Dann kommt nach 0,1 eben 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 0,2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 und so weiter. Das bedeutet, diese Schreibweise hier führt dazu, dass ihr das hier bekommt. Ihr bekommt die Schreibweise 42, minus 1,5, 43 und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich durch 42, minus 1,5, 43, minus 1,5 und dann gehen wir hier weiter. Minus 1,5, minus 1,5, minus 1,5, minus 1,5. Das sind diese vier minus 1,5er hier. Dann gehen wir weiter. 1,337, minus 1,5, 1,338, minus 1,5. Ihr könnt gerne hier unten noch mitlesen. So, und dann eben diese, also quasi weiter von minus 1,2, minus 1,2, minus 1,2, minus 1,2. Also ihr seht, man geht quasi von außen nach innen. Es ist ein bisschen unintuitiv, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, kann das tatsächlich das sein, was ihr wollt. So, das sind die drei Möglichkeiten, die ich hier habe, beziehungsweise zwei von drei Möglichkeiten. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das A hier einzutragen. Das bedeutet einfach nur, behalte das, was du ohnehin hast. Also ich kann tatsächlich bei mir hier mich entscheiden, wie ich das gerne sortiert hätte, wenn ich damit arbeite. Und A heißt dann halt einfach, wenn du mit C-Style gearbeitet hast, dann behalte den C-Style. Wenn du mit Vortran gearbeitet hast, dann behalte den Vortran-Style. Würde ich euch eigentlich, also das ist nicht der Standard tatsächlich, C ist eigentlich immer der Standard. Und deswegen, wenn ihr irgendwie könnt, würde ich euch auch das C-Mapping empfehlen, denn das ist deutlich angenehmer. So, jetzt ist das natürlich nicht unbedingt das, was man erwarten würde, wenn man jetzt von Sortieren spricht. Also es ist auch nicht sortiert, es ist einfach nur quasi platt gedrückt. Sortieren geht natürlich auch, das können wir auch machen. Das machen wir dann wahrscheinlich beim Max oder Übermax. Irgendwann mal machen wir das. Ganz kurz hier allerdings noch sei erwähnt, dass es auch noch eine weitere Methode gibt, die sowas in die Richtung macht. Und zwar Revel. Revel macht, wenn wir es mal ganz kurz vergleichen wollen, eigentlich fast dasselbe. Wir sehen hier, es wird mir auch ein eindimensionales Array ausgegeben. Und wir fangen mit, wenn wir Standard lassen drin, also hier Order C ist ja auch der Standard. Wir fangen an mit 42 minus 1,2 und 0,0. 42 minus 1,2 und 0,0. So, das ist quasi der Standard. Also die beiden sind eigentlich ziemlich gleich. Wir können die auch mal ganz kurz vergleichen hier. Flat ist gleich das da. Und hier sagen wir einfach mal, ist gleich, ist gleich Flat. Und wir sehen, das ist auf jedes Element drauf gemappt true. Also ihr kennt ja das aus dem letzten Video, wenn man die beiden Elemente vergleicht. Wir sehen hier wirklich, alles ist nur true. Wenn ihr wirklich alle vergleichen wollt, ein kleiner Trick hier an der Seite. Wir probieren das jetzt einfach mal mit all und Klammer. All ist eine Funktion eigentlich von Python und geht quasi einmal komplett durch das Array durch. Beziehungsweise eigentlich durch eine Liste, aber mit den Arrays funktioniert das auch. Und wenn wir all quasi drauf mappen und überall vergleichen, dann wird all nur dann true, wenn wir wirklich für alle ein true haben. Das heißt, die beiden sind wirklich in jedem Element gleich in diesem Fall. Ravel und Flat geben sich hier keinen Unterschied. Alternative dazu ist übrigens Any. Das wird dann true, wenn 1 true wird. Brauchen wir hier aber natürlich nicht. So, was wollte ich euch jetzt damit zeigen? Naja, Ravel ist quasi eine Alternative zu flattenen. Ein kleiner, subtiler Unterschied ist allerdings, wenn ihr mit flattenen arbeitet, dann bekommt ihr hier tatsächlich eine echte Kopie zurück. Also in Flat steht nicht NPTemp, sondern eine neue Liste, ein neues Array, was mir in Flat reingeschrieben wurde. Bei Ravel wird tatsächlich derselbe Speicherbereich neu genutzt und überschrieben. Das bedeutet, es ist, also nur wenn man es irgendwie machen kann. Also das heißt, wenn es möglich ist, dasselbe Array zurückzugeben, irgendwie möglich ist, zum Beispiel durch Umstrukturierung oder sowas, dann wird euch Ravel einfach nur dasselbe zurückgeben. Das bedeutet aber auch, wenn ihr mit Ravel arbeitet, dann ist das deutlich schneller, weil ihr keinen neuen Speicher mehr irgendwie beschreiben müsst. Das Ding benutzt denselben Speicher. Ich meine, im Endeffekt ist das, was wir hier haben, nur eine Interpretation von unserem Speicherbereich. Wenn wir das als Array haben, dann steht die Zahl da, dann steht die Zahl, dann steht die Zahl, die Zahl und halt ein paar Informationen, wie viele Subarrays wir jeweils haben, sind uns halt gegeben. Ravel nimmt das jetzt einfach und verwirft diese zusätzlichen Informationen und sagt, ey, yo, das ist alles eine Liste. Fängt quasi links an zu schreiben und geht bis zum letzten Element durch. Und ihr habt immer noch denselben Speicherbereich. Das bedeutet aber, wenn ihr auf nptemp.ravel irgendwas verändert, dann verändert ihr nptemp. Wenn ihr in Flat was ändert, verändert ihr nptemp nicht mehr, weil nptemp und Flat zwei unterschiedliche Arrays sind, die eigentlich nichts weiter miteinander zu tun haben, außer dass sie dieselben Daten beinhalten. Das heißt, Ravel ist schneller, aber Achtung, ihr könnt damit Dinge kaputt machen. Okay, und das ist der große Unterschied dabei. So, es gibt noch ein letztes, aber das zeige ich euch beim nächsten Mal, denn das ist ein bisschen mächtiger, als einfach nur zu flattenen oder zu raveln. Und ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.